Ladies and Gentlemen, da spricht der Markus Linder, Diözesan-Forum am 11. und 12. Oktober in St. Martin-Storbeere. Wir reden über alles, kommt vorbei, planlos, und zwar Plan, Rufezeichen und los. Los geht's mit einer breiten Diskussion über die künftige Strategie der katholischen Kirche vor Artenbergs und ich bin als Ex-Pfarrer Oderbeer. Wir sehen uns am 11. und 12. Oktober in St. Martin.